Hey YouTube! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 days to die Anfang 19 Experimental Ruckel Action. Okay, es geht eigentlich. So. Boah, irgendwie habe ich keine Ahnung. Aber du produzierst fleißig, du produzierst auch fleißig. Hey, dich könnte ich schon mal aufwerten. Kommt hier irgendwas? Nee. Alles cool. Oh, keine Ahnung. Soll ich vielleicht die, ich weiß nicht wie lang will nämlich noch, wie viele Videos noch kommen, bevor die Hortenacht angeht. Soll ich vielleicht dieses Aufwertending für mich selbst machen und dann das nächste Video? Ich glaube, in dem Video geht es gar nicht mehr rein. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Schieß mich tot. Was ist das für ein Spruch? Soll ich dann vielleicht, ja, das Aufwerten ohne Video machen? Irgendwie passiert hier nichts. Achso, Aufwerten. Hey, weißt du, was wir jetzt machen könnten? Ah, was auf YouTube? Ich habe voll die Idee, oder? Ich habe voll die Idee. Müssen wir schauen, ob ich alles da habe. Wenn ich es nicht da habe, ist es blöd. Warte mal, ich habe ja gelevelt. Mal kurz gucken. Ich habe jetzt zwei Punkte. Mal kurz gucken. Scheiße, Alter, das geht noch nicht. Ah, brauche ich noch mehr. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich glaube, das hier, ne? Also hier wollte ich noch zwei Punkte reinhauen. Oder hier kriege ich einen Punkt hin? Nein, kriege ich nicht hin. Gut, warte, hier wollte ich die zwei Punkte reinhauen. Kaufen, 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 kaufen. Ja, oder? Oh ja, passt nochmal so. Und danach geht es ab. Ähm, die Tür mach mal zu. Ich habe keinen Bock, dass meine Leute hier zuschauen, was ich mache. Äh, er gibt es hin, oder? Motor habe ich, Batterie habe ich, äh... Ach, Schidi, mir fehlt aber was, oder? Davon habe ich ein Stück, zwei aber zwei. Ich will kurz gucken, ob ich nicht vielleicht jetzt schon ein Motorrad hinkriege. Ah, hiervon habe ich auch noch welche. Super. Lass mal gucken. Da haben wir es. Minibike, so ist. Motor habe ich. Diesen Dreck, äh, kostet mich... kostet mich nicht so viel. Oh, ich habe Durst. Vielleicht noch eins. Weil dann mache ich mir so ein kleines Minibike und dann fahren wir mal jagen, bis das alles hier mal ein bisschen durch ist. Ah, hier Klebebrand. Und, äh, das braucht kein Klebeband. Okay, geil, ja. Schrauben wir dann, Licht, äh, warte mal, das muss ich hier doch alles haben. Hier mal ein Ding, hier mal Leder. Ähm, Elektroteile weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht gesehen. Schrauben wir dann nochmal hier. Wo habe ich ein Klebeband? Daneben? Daneben ist nix. Okay. Brauchen wir dann nochmal nehmen. Mechanische Teile brauche ich. Öl weiß ich jetzt nicht. Motor, Batterie. Ding. Okay, ich muss, ich muss definitiv. Ach, die haben wir nicht. Ich muss definitiv. Aber so ein Minibike will ich gar nicht fahren, aber es dauert halt noch. Äh. Ja, ich muss ein Klebeband herstellen. Echte elektrische Teile brauche ich ein Stück. Sechs kurzes Eisenrohr. Okay, drei elektrische Teile. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Oh, warte mal. Vier. Eisenrohr, hier. Okay, lass ich muss gar nichts herstellen. Also, gar nichts produzieren. Einfach zack. Einfach zack. Oh, jetzt habe ich mich verdiebt. Hä? Moment mal, ich habe mich da. Ich verchecke es nicht. Achso, Automatremotor, das habe ich Rad. Das heißt einfach Rad und nicht Reifen. Okay. Sechzehn, zweimal Öl. Kohle zehn. Habe ich aber. Passt. Kohle Ding. Sechzehn. Äh, das hier. Geht noch immer nicht, weil Öl. Öl noch. Und ich brauche zwei, oder? Logischerweise. Miii, so heißt es nicht. Äh, ja. Öl brauchen wir noch. Öl habe ich. Hm. Öl haben wir hier. So. Das Rad, meine Damen und Herren. Weg. Das ist auch durch. Gut, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann brauche ich das nicht mehr. Dann brauche ich das nicht mehr. Dann brauche ich das auch nicht. Das lassen wir uns noch. Äh, lass mal. Ich lese doch mal weg. Hm. Ich habe überhaupt keine Ordnung hier. Egal. Die brauche ich jetzt gerade auch nicht mehr. Das lassen wir noch. Die werden wir auch nicht mehr. Motor lassen wir noch. Batterie lassen wir noch. Äh, Bogen lassen wir hier. Und dann könnten wir hier ein bisschen herumgucken und, und, und gucken. Das dauert jetzt eh noch ein bisschen, wenn wir erstmal aufmachen, Schidi. Da kommt schon wieder werben. Ah, German, was soll denn das? Wisst ihr, dann könnten wir schnell noch irgendwo hinschauen. Aber ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Aber jetzt, gerade aktuell kann ich ja nur warten, bis der fertig ist mit dem Produzieren. Mehr kann ich ja nicht machen. Also ich kann der, ich kann jetzt mal zu der rüber gehen und der mal kurz ins Gesicht schlagen, weil sie es verdient hat. Ah, sie kommt ja gar nicht zu mir. Hm, soll ich sie lassen? Ich weiß nicht. Ah, sie kommt jetzt doch. Ja, bitte. BAM! 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 Oh, wie sie umfällt. BAM! 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 Oh, mal kurz riechen. Hässliche Fraudi. Ah, gut. Ja, ich weiß nicht. Kacke, Alter. Ich kann gerade eh nicht viel mehr machen, als erwarten, bis die Produktion fertig ist. Weil ich glaube, mit, also die Dinger, die ich produziere, müsste ich das komplett ausgehen. Also nur die erste Stufe des Betons. Obwohl, die wird schon wieder knapp. Könnte schon wieder knapp werden. Vielleicht stelle ich doch noch ein bisschen was her. Hier habe ich Sand gehabt. Zement habe ich. Einhängen. Wie viel hast du schon fertig? Da 60. Wie viel kriegst du noch hin? Du kriegst immer so wenig hin. Ah, 92. Weißt du, vielleicht stelle ich hier doch noch 149 her. Aber ich glaube, mit denen müsste ich fertig werden. Siehst du hier so die Stufe 1 des Betons? Und vielleicht bin ich zu übervorsichtig. Aber vielleicht brauche ich auch gar nicht. Hä? Das kann ja gar nicht sein. Habe ich nicht gerade was genommen? Habe ich nicht gerade mitgenommen? Ne, habe ich nicht. Vielleicht brauche ich auch gar nicht so für die erste Horde nach so ganz stabile Base. Weil sie eh die erste ist. Und ich möchte halt nur nicht in jedem Video aufwerten. Dann sage ich ganz ehrlich, wie sie ist. Hm, also du bist jetzt auch schon durch. Also warte, dann muss ich... Das ist ein bisschen komisch, Alter. Tag, jetzt muss ich nochmal 1, irgendwas Minuten warten hier. Bis das durch ist. Was machst du? Nix. Nix. Einfach nur Holz verballern. Okay. Was ist hier drin? Nix. Ich brauche echt was zum Essen. Wir müssen jagen gehen. Wir fahren jetzt einfach jagen. Na, da kack drauf. Ich werde die Horde noch zu überstehen. Ich lasse den da machen und dann werde ich schnell auf. Und dann haben wir es erledigt. Und dann sieht die Geschichte für mich erledigt. Das funktioniert jetzt fix um. Hm. Hm. Ah, Moment. Habe ich jetzt nicht einen besseren Helm? Oder will ich mir das nur an? Ah, das war nur eine Einbildung. Ist auch schon ziemlich angetitscht hier die Rüstung. Die zum Beispiel gar nichts mehr. Ah, nein. Was mache ich denn? Boah, jetzt hat es mich gerissen, weil der Laptop hinten geht. Hm. Reparieren. Halb ist schon wieder an. Gut. Der Rest passt noch. So. Bist du fertig? Ja, geil, Alter. Ja, Sprit brauchen wir noch. Ein bisschen Sprit. Muss nicht ganz so viel sein. Habe ich irgendwo noch mehr? Ja, hier noch mehr. Sicher selber nehmen wir doch was mit. Abschließen ist voll unnötig. Ich mache es trotzdem. Kann man jetzt vom Tor aus? Nein, kann man nicht. Ah, mit so einem kleinen Minibike bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Mal schauen, ob ich die Renate hier abtitschen kann. Also... Nein! Dermit. Ja, gut, halt den Maul, Renate. Komm her, wenn du Bock hast. Ich kämpfen willst. Zack. Ich bin hungrig. Komm. Lass dich naschen. Ich möchte an die herum naschen. So, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Ja, keine Ahnung, aber in die Richtung müssen wir stimmen. Ein paar Tiere wäre es halt, ne? Bisschen Fleisch. Das wäre geil. Das ruckelt ein bisschen mein Fahren, oder? Ich weiß nicht. Fahren war schon immer kacke. Ah, ich bin nicht überfahren. Haha. Schätzchen, was ist denn los? Ah, uh, jetzt habt ihr mir mitgegeben. Dammit. Oh, oh, da haben wir was. Unseren ersten Airdrop. Hey, 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 beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Wird geil oder machen wir das so? Oder doch nicht? Egal, passt schon. Was haben wir hier drin? Überteile. Ja, Medikamente und was zum Essen. Super. Hey, komm an. Müsst ihr noch ein paar geben. Mal schauen, ob mir die anzeigt werden. Hol' mal die jetzt mal, ne? Also, so, so gut wie es geht. Aber ich glaube, ich glaube, es wird mir hier nichts angezeigt mehr. Ich muss nur in der Nähe sein. Dann, damit. Ah. Ich brauche eine Straße. Ich muss nur die Zeit im Auge behalten. Also, ich darf nicht zu spät wieder retour fahren. Dann. Das wäre nämlich dumm, dann. Dann. Ah, ich habe dich nicht erwischt. Halt dein Maul, nur weil ich dich nicht erwischt habe. Jetzt. Bis nach. Dann. Dann. Hier gibt es hier echt keine Straßen. Was ist denn hier los? Komme ich überhaupt so hoch? Junge! Na komm! So wer kommt? Da teilen sie sich. Ich glaube hier unten ist eine Straße. Oh hier sind nur Zombies. Fuck. Ich weiß gar nicht, um 18 Uhr vielleicht machen wir Kehrt, wenn wir keine Tiere finden. Und dann habe ich noch glaube ich ausreichend Zeit um aufzuwerten. Aber ich finde hier gerade gar nichts. Ich habe hier eine Straße. Na ja auch nichts. Was willst denn du das nach hinten? Ein Hase! Wo ist denn der Hase? Oh den kriege ich sowieso nie. Keine Ahnung wo der jetzt ist. Ah! Oh jetzt habe ich gedacht du bist auch ein Hase. Oh da ist eine Tasche. Toll. Was habe ich jetzt das jetzt da? Hallo? Wo ist jemand überhaupt? Ah. Oh. Du 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 du. So du bist tot meine Frau. Und da wurde. Bam. Okay war ein ziemlich blöder Ausflug mit dem Moped. Das ist voll unnötig was ich gerade mache. Ich habe da hinter mich was gesehen. Oh ja. Das ist richtig unnötig was ich da mache. Aber gut. Lass was sein jetzt. Ich hätte doch beim Händler Essen kaufen können. Oh verdammt. Aber ich will jetzt nicht mein ganzes Geld raushauen. Oh ey. Pass auf. Ich mache das so. Oh. Warte mal. Hab ich kurz vergessen. Ich wollte ja noch schauen wegen Munition beim Händler. Hm. 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 Was ist das für eine Straße? Was ist das für eine Straße? Super toll. Okay cool. Halt einmal. Lass mich kurz gucken. Was willst du? Ich nehme dich nicht mit. Nope. Sicher nicht. Du darfst nicht hinten. in meinen kleinen Korb ran. Ich mag das nicht. Oh da hinten. Lass uns kurz der hintere gucken gehen. Das ist eine schöne Hütte. Oh da hier ran. Oh da hier ran. Oh da hier ran. Lass mal kurz gucken. Wollen wir was schönes finden. Na 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 na. No. Oh ja geil. Der Hammer des Todes. Didi didi didi. Hm. Gut. So lange habe ich nicht mehr Zeit. Müssen Gas geben. Oh ja. Das brauche ich ne. Das brauche ich. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Hey du. Was willst du? Warum? Wow. Ui. So wollte ich das jetzt aber nicht. Kommt der einfach rüber gehobst. Lass mich gucken. Wie weit bin ich eigentlich von der Base weg? Ist gar nicht zu weit ne. Der Weg ist einfach nur Schasse. Aber wenn ich um 18 Uhr los. Ah. Es wird knapp. Ich will heute auf jeden Fall noch nicht die Horten nachbringen. Mit dem Knüppel. Ah. Geil. 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 Oh. Benutzen. Lass ihn mal mit. Das bin ich gar nicht da. Ein bisschen Munition. Das ist schon cool. Das ist schon in Ordnung. So. Gibt es hier sonst noch was oben? Ne. Nix. Hier in der Mülltonne vielleicht. Ah. Interessiert mich nicht. Da haben wir noch ein bisschen Zement. Ah. Warte kurz. Wir machen das so. Und wo ist es denn? Hier. Da muss ich jetzt auch noch mit. Da liegt einer. Der tut so jetzt wieder schlafen. Hier hätte man Essen. Bitte gut. Na Kaffee. Passt aber schon. kein Kaffee. So ein bisschen mehr Kaffee. Okay Kaffee Bonn ist es genau. Oder gemeiner Kaffee. Oh ja Geilo. Obwohl Geilo juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Bin so ein Typ mit Anpflanzen und so habe ich es gar nicht so. Aber es ist absolut wichtig schon worden in dem Game. So zerlegen du euch jetzt nix, weil ich hab nicht viel Zeit. Ich will mich nur schnell umgucken. Guten Tag! Kommt, sieh her! Legen sie sich schlafen. Alles gut, gute Nacht. 英 Corta Uuuuh Was machen wir denn hier, schön, absent? Ach Munition? Aber bitte viel, bitte viel Es geht, geht Ja, super. Essen kann ich jetzt nicht mitnehmen Äh, schieß mich tot hier Schieß mich tot! Ok, jetzt nix. So. Wer mag spielen? Lass was gut sein. Was haben wir hier Schönes? Benutzen. Habe ich Platz, dann könnte ich das den Händler verkaufen. Tierfett juckt mich gerade, glaube ich, gar nicht. So. Wow. Irgendwie habe ich voll nicht viel rausgekriegt. Was willst du? Aber hier könnte noch Essen drin sein. Aber Mineralwasser. Geilo. Warte mal ganz kurz. Lass mich kurz gucken, worauf könnte ich verzichten. Puh, ich weiß gar nicht. Ach, pass auf. Den trinke ich jetzt einfach. Mineralwasser nehmen wir schon mit. Hier ist leider nichts drin. Warte mal da unten. Ich bin ja von hier rein, oder? Das passt schon. Gut. So. Da tun wir mal den ganzen Schiedi rein, den ich gerade nicht einstecken brauche. Die Knochen nicht, das auch nicht. Mineralwasser lass ich voll sich wieder zu Stickwäder. Ja, Baby. Gut, es ist 18 Uhr, Alter. Wir sollten echt, wir sollten echt ein bisschen Stoff geben. Schauen wir uns mal heimkommen. So, das war ein gutes Bild. Hoffentlich. Oh ja. So. Hoffentlich war da was Gutes jetzt dabei, was wir nutzen könnten. Na 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 na. Na 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 na. Der Pokal. Weil ich gewonnen habe, ich bin der Beste. So. Aber jetzt schon mal heim. Die Jagd haben wir jetzt nicht. Na, kackt. Aber ich muss jetzt aufwerten gehen. Jetzt ist es wirklich, jetzt wird es schon langsam knapp. Aber ich glaube echt, die erste Horden nach das Pille Palle. Das, was ich da schon stehen habe, reicht vollkommen. Aber wir werden sehen, Alter. Nachher werde ich sowas von überrannt. Ruhig. Bleiben Sie ruhig. Oh, Scheiße. Jetzt fahre ich da so lang hoch. Komm schon. Junge. Ich gebe Vollenstoff. Die hätten da echt was an den Sand machen können. Und zum Beispiel die Hupe. Okay. Hier passt zwar noch dazu. Aber ein Auto, der so ein Hupe, will ich nicht. Oder die Maschine dann. Da ist noch Fleisch zu holen. Da ist noch Fleisch zu holen. Mach kein Chili jetzt. Oh Gott, 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 Gott. Wo habe ich mein Jagdgewehr? Warten Sie. Oh Gott, die brauchen wir jetzt nicht. Ach so, flügt mal nichts drin. Wo ist denn das Fleisch jetzt? Da, die baller ich jetzt so weg. Ja, ich habe Hunger. Ich weiß, wo ist denn das? Ach Gott, ich habe es voll aus den Augen verloren. Das war ein scheiß Kackdreck jetzt. Hallo? Kacke, kriege ich jetzt nicht mehr. Super. Der Fehler war, ich wollte es jetzt erst überfahren. Dann habe ich immer das Moped nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ja, keine Ahnung. War einfach blöd. Es ist ja auch ein Kackdreck hier. Ich brauche eine Straße. Ich habe gehofft, das wäre eine Abkürzung. Also, dass ich mir etwas Zeit erspare. Wenn ich querfällt einfahr, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Hui. Ah, hier ist eine Straße. Geil, oh. Okay, der strahlt. Nein, brauche ich gar nicht folgen. Führt nichts zu mir in die Base. Egal, ich habe noch genug Zeit. Ich habe noch genug Zeit. Jetzt müsst ihr ordentlich schon was produziert haben. In der Zwischenzeit. Ich denke, ich kriege es jetzt super gut aufgewertet. Und wenn nicht, ist es blöd. Was soll ich machen? Kann ich nichts machen? Dann ist es halt so. Aber es muss auch noch trocken werden. Dieses Ding braucht schon Ewigkeiten zum Trocknen hier. Diese eine Stelle. Was machst denn du jetzt hier? Ich habe schon was Neues nachgekommen. Nein, haben sie ab. Das war mit Absicht. Ah, ohne Absicht. Ich will jetzt quieseln sein. Gib mir das. Haben sie ab. So. Aber jetzt. Gleich mal gucken. Wie warte ist. So, ich packe die einfach hier. Juckt nicht. Wie ist halt denn wichtig, ne? Komm. Wie viel hast du schon? 399. Ah, der mit 38. Kriegst du mehr? Jetzt kriegt er mehr hin. Okay. Super. Ob sich das ausgeht, das ist die Frage. Das dauert alles. Das muss trocken werden. Hm, das wird so knapp. 150 haben wir schon weggekloppt. 200 schon weg. Scheiße, fuck ja. 270. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht so. 300. Das geht sich nicht aus. Das geht sich fix um nie aus. Soll ich das so nur aufwerten? Boah, ich weiß gar nicht. Egal. Egal, egal. Es geht sich so oder so nicht aus. So, das war es jetzt da. Ja. Schande. Aber wir haben noch Zeit. Er produziert eh fleißig. Hab ich da noch was drin? Nein. Hier habe ich noch Sand. Oh, ich habe kaum noch Sand. Steine habe ich einhängen. Okay, warte, pass auf. Mach mir. Mach mal das, was geht. G32 wegen Sand. Okay. Mach mal so. Dann machen wir noch 500 Sand. Da war noch eine Minute. Das geht aber. Ah, der hat ganz gut wieder weiter. So habe ich ja so nicht. Ach Gott, Alter, das ist kacke. Der Händler hat auch schon... Ah, der Händler vergießt, oder? Brauche ich denn die Kohle? Ich weiß gar nicht, wie lange der Händler jetzt offen hat. Brauche ich denn das Geld? Moin, Corny. War das hier? Hey, wo habe ich es da? Es 340. Aber das ist... Das kann doch nicht alles sein, oder? Obwohl ich ja woanders rausgeben, wegen Schotty und so. Es kann möglich sein, dass das alles ist, ja. Ja, gut, dann lass. Da kann ich mir eh kaum nichts leisten. Da kann ich direkt mal furzen gehen, hier. Produzieren Sie schneller. Was möchtest du einschmelzen jetzt? Noch ein bisschen Eisen für dich habe ich hier. Oh, was mir fehlt, ist Holz für die Ding. Für die Spikes. Das gibt nix, das gibt nix. Der ist riesig, der gibt auch anders was. Ah, der ist so nah beim Händler, den krieg ich nicht weg, oder? Bitte. Ah, kacke. Bisschen Honig. Du gibst fast nix, aber egal. Ein bisschen ist besser als gar nix. Weil jetzt lassen wir ihn ein bisschen. Mit den 300. Ich glaub, er kriegt ausreichend. Das ist ausreichend viel, was ich hinkrieg. 18. Ach, kacke. Kacke, kacke. So, machen wir noch. Drei Stück. Ich glaub, das reicht dann, ne? Hier sollte ich die ja platzieren. Hey, da fehlt schon eins. Ich seh's nicht. So. Mhm. So meinte das Bibino, denk ich. Und ich mach noch, ich mach noch ausreichend. Das muss jetzt nicht unbedingt ne vierere Reihe sein. Obwohl ich könnt's, glaub ich noch, ich könnt's noch dran klatschen, ja. Das war 3, 4. Aber ich brauch hier auch noch 4, 8, ich brauch. Ah, mag meine Uhr juckt. Geht sich aber aus, ne? Komm schon. Jetzt komm ich da nicht dran. Doch. Das war mehr als vier. Naja, jetzt klar ist ja eine 5 Reihe. Oh, okay. Na gut, kack auf das. So machen wir das, so machen wir das, und so machen wir das. Trinern könnte ich die... Ah ja, theoretisch auch platzieren. Ne, lass mir jetzt aber... Er macht nicht mehr. Okay. Ich hoffe, ich zerleg das, damit ich hier noch ein bisschen Holz hab. Obwohl in der Schmiede und so hab ich auch noch genug. Ähm, lass mal gucken, wie viel hast du jetzt für mich produziert. Das passt. Das dauert nicht mal lange. So, und produziert es noch, was geht. 200 Euro. Wie lange dauert das? Neun Minuten. Oh, das geht sich ja nie aus, bis 22 Uhr. Wie viel haben wir jetzt? 44? Boah, da krieg ich ja nix zusammen hier. Das geht sich neun Minuten, das geht sich nie aus. Ja. Da muss der Kackdreck auch nochmal trocken werden. Das ist... Ach, scheiße, Alter. Hätte früher anfangen müssen mit Basenbarn. Oh, da ist das auch irgendwo kaputt. Noch irgendwo? Ja, alles gut, oder? Ja. Aber wir hätten echt früher anfangen müssen mit dem... mit Basebarn. Aber ja, meine Hoffnung ist, ähm, dass die Spikes regeln, ne? Ich renne da oben am Gipfel entlang. Ich hoffe, die ruinieren wir das nicht. Aber die muss mich vorbereiten. So, warte, da haue ich mal. Nein, warte mal. Ich brauche eine leere Kiste. Hier. Hier. Ähm, das kommt nicht. Honig lasse ich vielleicht. Das könnte helfen. Ausdauermäßig, Sheedy und so. Das brauchen wir nicht. Pistol lass mal. Den Hammer brauche ich auch nicht. Den Speer lass mal. Ähm, ja, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Verband habe ich hier neun. Bandskasten ist im Moped. Okay. Den Sheedy brauche ich, um das Tor zu reparieren, wenn es drauf ankommt. So, generell. Benzin. Obwohl, soll ich das bei mir lassen? Ähm, falls ich doch fliehen muss mit dem Moped. Keine Ahnung. Pfeile hätte ich auch genug. Ähm, Steine hätte ich auch genug zum reparieren. Ich hoffe, das braucht kein Holz zum reparieren. Aber ich hätte, glaube ich, ausreichend. Ich nehme mal ein bisschen was. Warte, pass auf. Ich nehme mal hier ein bisschen was raus. Das reicht vollkommen hier. Ja, können wir sowieso noch. Das reicht auch vollkommen hier. Ja. Was brauche ich? Ähm. Wir müssen uns jetzt vorbereiten. Böse, böse. Das hier. Nahkampf. Nehme ich den Knüppel. Den repariere ich aber schnell. Gut. Schrauben brauchen wir nicht. Den Hammer brauche ich jetzt noch, ja. Dann kommt hier die Pistole hin. Dann die Schotti. Dann. Der Bogen. Und hier dann die Donnerbüchse. Obwohl ich gerade repariert. Ah, ich kann nicht. Ich brauche ein cooles Eisenrohr, glaube ich. Dann lasse ich die nämlich gleich einstecken. So, reparieren. Das geht noch alles schön. So, die Munition habe ich alles hier. Drei von denen. Was habe ich? Klatscht die da ums Eck. Klatscht die gleich hier hin. Das kacke ich jetzt mal. So. Klatsch ich hier hin. Kacke, ich brauche Essen. Ich habe nichts zum Essen. Ich verhungere eher. Kann ich nicht einfach rohes Fleisch fressen? Was macht das? Gesundheit. Minus eins. Nahrung. Ah, das ist echt unglücklich das zu essen. So, das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Die... Ja, die Knarre habe ich gar nicht. Vielleicht Kaffee nehme ich noch. Äh, Schienen nehmen wir noch mit. Okay, dann brauchst nix mehr. Du hast mir auch noch was mitgebracht. So, lass kurz gucken hier ins Moped. Aber das könnte ich noch benutzen hier. Aber das könnte ich noch benutzen hier. Was nehmen wir mit? Antibiotika. Das benutze ich auch noch. Kaffee nehmen wir noch. Coolio. Dann. So, wir drehen dich um, mein Freund. Tanken dich auf. Gut. Wir hatten jetzt noch auf, was geht. Ah, Scheiße. Geben sie mir noch ein bisschen, please. Abbiecheln noch. 32 ist zu wenig. Ach, das kostet zu viel. Hm. Es ist trotzdem zu wenig, ne? Wenn die fertig sind. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13. Das ist ja trotzdem zu wenig. Was ich da hab. Warte. Ah, das geht sich eh nicht aus. Kann ich, kann ich vergessen. Bis das fertig ist, das geht sich nie aus. Was war denn da jetzt im Arsch? Na, hab ich jetzt nicht. Damit. Egal. Ich sag, vielleicht hab ich ja Glück. Ich werd' bis zur letzten Sekunde. Na, okay, nicht bis zur letzten Sekunde. Aber ich werd' schon versuchen. Soweit es geht, noch aufzuwerten. Jetzt werd' ich nur noch zwei Dinge auf. Das dauert mir noch zu lange. Feuchter Beton. Bist du geladen? Du bist auch geladen. Gut. Alle geladen. Der Knüppel ist auch geladen. Haha. Ja gut, pass auf. Der Trick ist ja, mein Plan ist ja folgender, dass ich hier oben, da machen wir zu, hier oben am verkackten Gitter entlang lauf. Hoffentlich folgen die mir. Bist du ja, hoffentlich folgen mir dir so, durch die, durch die Spikes nehmen schon richtig viel Schaden. Da fehlen jetzt die zwei, die ich zerlegt hab'. Egal. Ja hoffentlich nehmen die da richtig viel Schaden. Weil ich weiß echt nicht. Ich hab' echt keine Ahnung. Ich hab' echt keinen Plan, wie die Hordnacht sein wird. Hm. Kritisch, kritisch. Du musst auf, also, mach das kurz so. Nein! Der mit. Ich glaub' die werden sich hauptsächlich hier in der Gegend herumtreiben. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist die Schwachstelle grad' momentan. Das mach' ich jetzt. Mir fehlt der Sand. Das geht sich nie wieder, das geht sich nicht aus, vergiss es. Ich hab' mir so viel Zeit lassen. Oh, der mit. Ich weiß nicht, warum ich so Bammel hab' echt jetzt da. Das ist nur die verkackte erste Horde. Das ist ja nix. Die erste Horde ist immer Pipifax. Aber ich hab's ja gesehen, bei der Alpha 18 war's eigentlich auch nicht grad so Pipifax. Als ich's noch mit dem Batwood zockt hab', ne? Da ist die erste Horde aber auch ordentlich abgegangen. Also so Pipifax war die nun auch wieder nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, ne? Ja. Aber auf jeden Fall werden wir das jetzt nicht mehr sehen. Denn ich mach' jetzt Schluss. Das heben wir uns nämlich für die nächste Folge auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte gar nichtermaßen unterhalten. Vieles nichts passiert. Aber passt schon. Jetzt wird's noch spannend. Jetzt wird's doch spannend. Gut Jo Top, dann macht's das gut. Hat rein und immer bravo sein. Tschüssi!